Unter dem Namen Dampfloktreffen steigen wieder Dampfwolken auf. Aus jedem Stand des großen Ringlokschuppens lugt eine Dampflok. Tausende sind gekommen, um die stolzen Maschinen vergangener Tage hautnah zu erleben. Jedes Jahr steht das Dampfloktreffen unter einem anderen Motto. Ein 01-Treffen mit vielen bekannten Gästen zählt zu den Höhepunkten. Ebenfalls zu den Höhepunkten gehören die Dampfsonderfahrten. Wie früher fahren hier Schnellzug-Dampfloks zwischen Dresden und Berlin. Extra aus Nördlingen ist 01-066 angereist. Die großohrige 01 gehört dem Bayerischen Eisenbahnmuseum. Die Dampfsonderfahrten Innen gehören die Parallelfahrten zweier Dampfzüge. Im Hauptbahnhof stehen 18201 und 528079 bereit zur Fahrt über die Taranta-Rampe bis nach Freiberg. Wenig später setze ich dann auch 18201 in Bewegung. Ab Tarant wird dann parallel gefahren. Ein Spektakel, das keines Kommentars bedarf. Die Dampfsonderfahrten und die Dampfsonderfahrten Untertitelung des ZDF, 2020 Mittlerweile ist das Dampfloktreffen im 11. Jahr angekommen. Jeweils im Frühling wird das BW Dresden-Altstadt zum Anziehungspunkt für Eisenbahnfreunde aus ganz Europa. Die Chemnitzer 503648 ist für Führerstandsmitfahrten unterwegs. Es gibt allerdings lange Warteschlangen. Die Ringlok-Schuppen mit den rauchenden und dampfenden Lokomotiven ist wieder das Motiv. Neben den hier beheimateten Museumsloks haben Gäste die Gleise besetzt. Aus Tschechien ist eine Güterzuglok der Reihe 556 gekommen, gebaut in den 50er Jahren von der Lokfabrik Škoda. Die Museumslok ist heute in Budweis beheimatet und regelmäßig vor Sonderzügen unterwegs. Ein besonderer Gast ist 91134 aus Schwerin. Eine preußische T92 aus dem Baujahr 1898. Sie gehört zu den ältesten betriebsfähigen Dampfloks Deutschlands. Aus der Schweiz angereist ist 01202, eine Ex-Hoferin der alten Bundesbahn. Sie macht sich bereit für einen D-Zug nach Berlin. Wenig später Volldampf bei Kossebaude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017